Lieber Steinbauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für Dich. Schauen wir uns hier an, was die geistige Welt für Botschaften für Dich hat, in welcher Situation Du bist, wo Du vielleicht feststeckst, was zu tun ist, eine neue Blickwinkelausrichtung. Zu diesem Video, wie immer bei mir, eine Extended-Version. Den Link dazu findest Du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, Du wirst automatisch weitergeleitet. Der Steinbock. Wo steht der Steinbock jetzt? Was wird nicht gesehen? Es geht um das große Ganze bei Dir. Ja, das große Ganze. Die Quelle. Vielleicht fühlst Du Dich nicht nur mit einem Brett vorm Kopf, wie man so schön sagt, sondern auch einsam. Du weißt vielleicht gerade nicht, in welche Richtung Du blicken sollst, die Lösung zu Deinem Problem. Sicherlich brauchst Du eine Blickwinkelveränderung. Du suchst nach Zusammenhängen. Du suchst nach Erklärungen. Und wisse, es gibt zu jeder Situation eine Lösung. Wenn Du ein Problem hast, lieber Steinbock, alles ist möglich, alles ist lösbar, versuchen wir Dir einen neuen Blickwinkel auf Dein Problem zu geben. Gut möglich auch, dass Du auf gesundheitlicher Ebene so etwas, nennen wir es mal wie Dumpfheit oder ein bisschen so Gehirnnebel, auch Kopfschmerzen leichtere oder stärkere hast und Probleme in den Beinen, gar in den Füßen. Falls dies auf sich zutrifft, bitte immer einen Arzt aufsuchen. Lass Dich von diesem beraten oder gar behandeln. Auf spiritueller Ebene ist es einfach, weil Dir die klare Sicht fehlt, ist es, weil Du nicht weißt, in welche Richtung zu gehen ist, welcher Schritt als nächstes zu tun ist. Ausschlaggebend für Dich ist der 17. und 23. September beziehungsweise diese sechs Tage vom 17. bis zum 23. September. Ich bekomme das Gefühl herein, lieber Steinbock, dass Du sehr im Verdrängmodus bist. Denn sobald Du auf dieses Thema blickst, erstarrst Du gleich und quasi wie zur Salzsäule erstarrt, zur Eissäule. Sie sagen sogar, manch einer spürt sich selbst gar nicht mehr, spürt gar nicht mehr die Energie in sich, den Energiekreislauf, wie als wenn alles blockiert wäre. Lieber Steinbock, verzage nicht, es gibt, wie gesagt, für alles eine Lösung. Sie sagen mir, Du siehst Dein Ziel schon oder dort, wo Du hin möchtest, Dein Fokus, doch der äußeren Umstände wegen kommst Du nicht vom Fleck. Ja, schau her, Du siehst es schon, Du planst, doch irgendwie gelingt die Planung nicht. Entweder kommt irgendetwas dazwischen. Sie sagen, bürokratische Angelegenheiten gehen gar nicht voran und entmutigt. Es geht darum, dass Du, lieber Steinbock, erst noch zwei Dinge hinter Dir lassen musst. Es können materielle Dinge sein, es können Themen sein, energetische, oder aber auch Dich von zwei Menschen energetisch entfernen, die Dich vielleicht erschweren, zu pessimistisch sind. Auch denkst und träumst Du viel zu klein. Think bigger, dream bigger. Die Zeit des Wartens. Eine Geduldsprobe, eine enorme Geduldsprobe. Wisse, dass es sehr schnell Veränderung gibt. Gut möglich auch, dass Du noch auf eine Botschaft, eine Nachricht, ein Input aus der Ferne entweder gar schon auf dieses Wartes beziehungsweise bekommst. Ja, schau her. Es dauert nicht mehr lange. Wirklich maximal noch drei Tage oder drei Wochen. Und alles darf sich entblockieren. Du hast hier die drei der Kelche sowie das Rad des Schicksals. Ich höre, es geht bei Dir auch... Ah, bei manchen ist es eine Dreierparty. Hier mit der drei der Kelche. Aber nicht Dreierparty im Sinne, komm, wir gehen einen Kaffee trinken, Sondern es ist auf die Liebe bezogen. Auf das ihr euch vielleicht etwas vermutet bei eurem Partner beziehungsweise ihr selbst aktiv in so einer Situation seid. Gut, gehen wir wieder aufs Generelle. Du bekommst nicht nur über deine Träume, sondern auch in deinem Alltag ganz intensive, eindeutige Zeichen. Bei manchen ist es ein Eichhörnchen, was wieder nicht alles durchkommt. Sie sagen das Buch des Wissens. Entweder du hast das Buch des Wissens, falls nicht, forsche nach. Das Buch des Wissens ist für dich ausschlaggebend oder etwas, was diese Bedeutung für dich hat. Was bedeutet dir die Zahl 313? Schaue nach, was diese Engelszahl auch bedeutet. Du bekommst in deiner Situation definitiv einen absoluten Turnaround um 180 Grad. Es darf entstört werden, entblockiert werden. Was deinerseits dafür zu tun ist, im Umgang damit, ich höre sogar, manch einer ist schon am Punkt des Säbelnrassens angekommen. Mut und Selbstvertrauen, lieber Steinbock. Es könnte nicht besser sein, lieber Steinbock. Es könnte nicht besser sein. Bringe Freude hinein in das, was du tust. Erwarte nicht, dass Freude herauskommt zu dir. Wir machen weiter im Extended. Und diese Menschen hier werden dich sehr weit bringen. Bis gleich, lieber Steinbock. Ich warte auf dich. Ich freue mich auf dich. Ciao.